Musik Herzlich Willkommen in Füssen. Die vielfältige Natur zwischen Gebirge, Allgäuer Hügeln und idyllischer Seenlandschaft bietet unendliche Möglichkeiten für einen unvergesslichen Aktivurlaub. Die historische Stadt Füssen mit ihren Ortsteilen Bad Faulenbach, Hopfen am See und Weißensee und den weltbekannten Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau. Füssen kann auf eine 700-jährige Stadtgeschichte zurückblicken. Die Ursprünge der Ersiedlungsgeschichte reichen jedoch bis in die Römerzeit. Kein Freizeitpark könnte abwechslungsreicher sein als die Natur. Aktivurlauber entdecken hier fast unendliche Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Im Wanderparadies Königswinkel ist vom einfachen Spaziergang bis zur Kletterroute alles geboten, was Beine und Laune macht. Für Radfahrer, Mountainbiker und Inlineskater sind von Natur aus beste Bedingungen geboten. Und kulturell sind wir sowieso. Unser Tipp dazu, fahren Sie einfach los und entdecken Sie uns. Füssen ist Bayerns höchstgelegene Stadt und bietet durch seine Lage ab 800 Meter ein voralpines Reizklima. Die Stadt Füssen selbst ist anerkannter Kneippkurort. Also, wir freuen uns auf Sie! Wir im Allgäu haben aber noch viel mehr zu bieten. Vom glitzernden Bodensee herauf über die hügelige Voralpenlandschaft bis zu den alpinen Majestäten im hohen Süden zwischen Widerstein und Geißhahn. Traumlandschaften vor, an und in den Bergen der Allgäuer Alpen. Auf Schritt und Tritt gewachsene Kulturlandschaften lebendige Fülle von regionalen Lebensformen und Besonderheiten. Königliche Aussichten Richtung Neuschwanstein im Osten und höchste Blicke hinüber ins Dallheimer Tal. Faszinierende Gemeinsamkeiten und verbindende Verschiedenheit bringen nicht nur Gäste ins Schwärmen. Bei uns werden Tradition und Tracht noch hochgehalten. Und das nicht nur zur Freude der Gäste, sondern aus Liebe zu unserer Heimat. Tja, und der Käse aus dem Allgäu ist in aller Munde. Allgäuer Sendereien laden Sie ein, mehr über unseren Käse zu erfahren, bei der Produktion zuzusehen oder eine der berühmten Allgäuer Käsesorten zu probieren. Also dann, wir freuen uns auf Sie im schönen Allgäu.